hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen video hier auf meinem kanal arthur bdlp ja in diesem video erzähle ich euch ein bisschen was über den klassenfahrt cup ja kommen wir zu der frage was ist überhaupt der klassenfahrt cup und zwar geht es eigentlich darum dass ich ja eine stadt suche die ich in diesem jahr besuche und das ganze hat seinen ursprung 1996 gehabt wo ich mit meiner mutter und meiner schwester damals in alcolia auf mallorca war da habe ich diesen klassenfahrt cup erfunden damals war es doch so dass ich mir fußballmannschaften gesucht habe die habe ich dann ja ich weiß gar nicht wie 96 97 gemacht hatte auf jeden fall habe ich das irgendwie ausgespielt und 1997 also die erste auflage hatte der cd alcolia gewonnen dann 1997 98 habe ich dann eine weitere auflage gespielt und da seht ihr das hier auf diesem zettel ganz unten seht ihr die finalpaarung ssv ulm gegen ja cd almeria und das ganze ist fünf zu drei ausgegangen 1997 war ich übrigens auch in alcolia und 1998 wo ulm gewonnen hat war ich in ulm weil ich da michael besucht hatte und war auch in almeria weil wir damals ein urlaub in roketa das damals gemacht haben was ja so 20 kilometer von almeria entfernt liegt und hatten wir da mal einen tag in almeria verbracht und uns da die sehenswürdigkeiten angeschaut und deswegen war ich da sogar in beiden finalstätten und ja der name klassenfahrt cup kam einfach daher weil ich damals doch in der schule war ich habe das jetzt mal so belassen obwohl ich natürlich schon längst schon länger aus der schule raus bin und ja ich habe mir jetzt überlegt schon seit einigen jahren wie mache ich das jetzt ich würde den gerne weitermachen ich mache ja auch schon seit einigen jahren das watscheln das ist eine andere beschäftigung mache ich vielleicht auch irgendwann mal ein video zu und da sammle ich halt geld für einen urlaub allerdings ist es jetzt auch nicht mehr so wie früher dass ich praktisch jeden jedes jahr mit meinen eltern in urlaub fahre das heißt es sollten dann halt schon städte sein die ein bisschen näher dran liegen und ich habe mir jetzt einen modus überlegt und den erzähle ich euch gleich soja kommen wir zu der frage wie werden die städte ausgewählt ich habe euch hier mal etwas in google earth vorbereitet die ganze prozedur ist ein bisschen komplizierter dauert auch mehrere monate ich habe jedes jahr eine startstadt also bei der ersten auflage kann ich euch auch noch kurz dazu sagen wer die erste auflage gewonnen hat um mit das rätsel aus dem thumbnail zu lösen und zwar das war die stadt andernach da war koplenz die startstadt dieses jahr ist es bonn und ja für den klassenfahrt cup 2023 wird es dann die stadt ulm sein also da bin ich auch mal sehr neugierig was sich dafür städte qualifizieren gut also wir haben eine startstadt dieses jahr das ist bonn und ich bin ja praktisch von bonn mehrere mehrere dinges abgegangen mehrere strecken habe ich erstellt und zwar habe ich es so gemacht ich habe hier mal mehr eine liste von digitalisierten kassetten die ich mir mal immer mal wieder anhöre und alphabetisch sortiert und dann ja so lange bis eine kassetten seite zu ende ist praktisch ja gehe ich in eine bestimmte richtung zum beispiel nach norden bewegt mich ja immer die nördlichstmöglichste strecke und dann die östlichstmöglichste strecke die südlichst und die westlichst und so weiter und so fort die städte durch die durchkomme dabei die qualifizieren sich für den klassenfahrt cup wenn sie über 10.000 einwohner haben oder b unter 10.000 einwohner ich aber schon mal in dieser stadt gewesen bin das sind eigentlich so die grundvoraussetzungen für die qualifikation zum klassenfahrt cup man könnte natürlich auch sagen okay ich könnte natürlich auch einfach städte nehmen in die ich jetzt unbedingt hin will aber dann ja macht halt dieser ganze cup nicht so richtig sinn für mich weil das ist ja gerade das spannende dass man halt nicht weiß was am ende dabei rauskommt ob es jetzt interessante stadt ist oder eine weniger interessante stadt ist gibt einige interessante städte aber auch sehr viele wo ich jetzt nicht unbedingt hin will und ja dann kommen wir mal zum nächsten punkt genau kommen wir jetzt zu der frage welche städte sich qualifiziert haben insgesamt sind es 624 städte geworden hier seht ihr zum beispiel bei z als alles schön alphabetisch sortiert zilpig zandvoort zinnovitz sevena zupften zwolle beziehungsweise nach anfangs buchstaben sortiert nicht alphabetisch sonst wäre ja jetzt zum beispiel zilpig relativ weit hinten in der tabelle aber nach anfangs buchstaben habe ich die sortiert hier ist ja eine liste wo ich das schon sortiert habe ich wollte jetzt aber mal kurz in die andere richtung sortieren nämlich nach einwohnerzahl das ist die spalte b genau ja und dadurch moment aber bitte absteigend nicht aufsteigend dadurch dass ich jetzt ja dass es 624 städte geworden sind da sind jetzt etwa sage ich mal grob geschätzt 550 haben sich auf dem ursprünglichen weg qualifiziert aber da das ganze halt nachher in liegen aufgeteilt werden soll in 3 26 liegen in diesem fall musste ich noch ein paar zusätzliche städte finden damit das halt aufgeht mit den ko runden also dass ich dann 624 da sind es 312 in der nächsten runde dann sind es 156 dann sind es 78 und dann passt ja mit 3 x 26 deswegen habe ich das ganze noch aufgefüllt zum ersten habe ich es aufgefüllt mit weiteren städten in denen ich schon gewesen bin die sich noch nicht über die ursprüngliche art und weise beziehungsweise in denen ich schon mal übernachtet habe die sich nicht über die ursprüngliche art und weise qualifiziert haben das sind zum beispiel wien war dabei wir können ja mal hoch scrollen zu den städten mit den meisten einwohnern hier haben wir berlin paris wien hamburg warschau münchen prague köln amsterdam marseille und so weiter und so fort es darf ich aber allerdings da nur städte nehmen aus ländern wo sich mindestens ein eine stadt über den ursprünglichen weg qualifiziert hat zum beispiel bei wien war es jetzt schlag mich tot ach kitzbühel genau die hatten sich zum beispiel oder innsbruck war es glaube ich ich bin mir gerade gar nicht sicher ob jetzt innsbruck dabei ist aber imst genau imst ist auf jeden fall dabei aus österreich das heißt da konnte ich dann wien dazu nehmen aber zum beispiel da sich aus spanien keine mannschaft regulär qualifiziert hat konnte ich jetzt nicht die spanische städte nehmen oder bei england genau das gleiche deswegen konnte ich nicht london nehmen gut also das ist das die nummer eins die nummer zwei ist ich habe städte gesucht in die ich mal gerne fahren würde da ist zum beispiel dann sowas wie kann dabei oder nizza seht ihr hier unten das hat sich dadurch qualifiziert dann gab es städte die sich zufällig qualifiziert haben das war zum beispiel warschau oder auch danzig oder auch toulouse zum beispiel und dann hat der gute torsten noch ein paar städte genannt das war zum beispiel hier krakau also alle lilan städte hat der gute torsten genannt der hatte mich dieses jahr wo wir im sommer in andernach waren auch ja sozusagen begleitet und wird das vielleicht auch im nächsten jahr dann tun mal gucken wo es dann hingeht war er jetzt nicht so weit in diesem fall war er jetzt dann wirklich nur 20 kilometer oder so von mir zu hause entfernt und andernach kenne ich ja auch persönlich ganz gut von von daher war es jetzt nicht ganz so spannend aber es hätte durchaus schlimmer kommen können zum beispiel die stadt eitorf war zum beispiel in der ja in der endrunde dabei weiß ich jetzt nicht unbedingt ob das so eine viel bessere wahl gewesen wäre dann da hinzufahren naja andernach ist auf jeden fall eine schöne stadt das kann man auf jeden fall sagen gut ja wir haben dann also eine liste mit 624 städten und wie ist denn dann der modus ja bevor ich jetzt zu dem eigentlichen komme wie der klassenfahrtcup ausgespielt wird erkläre ich euch noch ein bisschen was wie ich die städte sortiert habe ihr habt hier einmal die einwohnerzahl zum beispiel berlin und so weiter und so fort habe ich halt von wikipedia genommen die spalte daneben das ist die jeweilige distanz von der stadt zur startstadt in diesem fall bonn also von berlin nach bonn sind es 599,57 kilometer und da es ja doch so ist dass ich sage ich mal schon eher gerne in städte möchte die etwas größer sind damit man da halt ein bisschen mehr sehen kann ja habe ich ist sozusagen in sachen einwohnerzahl die größte stadt an 1 gerankt und bei der distanz ist es halt so weil ich ja nicht so viel geld habe ist dann halt die stadt mit der niedrigsten distanz zur startstadt auf 1 gerankt und so weiter und so fort und so haben wir dann eine entsprechende endplatzierung die kann ich gleich nochmal herstellen die hatten ihr vorher schon mal kurz gesehen gehabt das ist die spalte h und aufsteigend bitte aufsteigend genau also das heißt die endplatzierung ist köln bonn düsseldorf wuppertal leverkusen bergisch glattbach solingen mönchengladbach aachen dortmund bochum krefeld neushagen st augustin hürth koplenz düren kerpen euskirchen neuwied und so weiter und so fort gut ja jetzt wird das ganze alphabetisch sortiert das heißt nach buchstaben sortiert und zum beispiel wenn wir jetzt zum beispiel den buchstaben d haben dann ist halt düsseldorf das erste das heißt die kommen dann auch an erster stelle für die und dann an zweiter stelle dortmund vorbei es gibt da noch eine kleine besonderheit ich zeige euch das jetzt nochmal mit dem nach buchstaben nach anfangs buchstaben sortierten zum beispiel seht ihr hier düsseldorf hatte ich ja gerade gesagt seht ihr aber hier vor düsseldorf steht die hahn die städte in denen ich schon mal übernachtet habe die haben immer vorrang das heißt die haben immer die pole position und wenn es jetzt mehrere städte sind in denen ich schon mal übernachtet habe wie zum beispiel ja esslingen oder erbach an der donau dann richtet es sich immer nach der nach der platzierung sozusagen in diesem ranking und ja dann kommen wir jetzt zum eigentlichen nämlich zu dem ausspielen des klassenfahrt cups ja ich habe euch hier eine weitere liste mitgebracht ihr seht schon das dreckige dutzend im geheimdienst ihrer majestät zum beispiel erasure kann man kennen das leben ist schön adios sabata fighting with my family die unbestechlichen es geht im endeffekt darum dass ich mir all diese sachen anschaue und dann nach jeder vollen minute gucke wer was sagt die person die dann etwas sagt da schaue ich wie die mit vornamen heißt falls es einen vornamen gibt manchmal wenn es so sage ich mal statisten sind oder so dann kann man ja jetzt eher nur mann oder frau oder sowas sagen dann nehme ich halt m oder f und ja je nachdem welchen buchstaben mit welchen buchstaben die person anfängt von diesen buchstaben ist dann in der ersten qualifikationsrunde wo wir 624 städte haben die erste stadt weiter die erreicht dann sozusagen die nächste runde zum beispiel bei das dreckige dutzend gibt es ja die charaktere zum beispiel max armbruster wenn der zum beispiel was sagen würde nach einer vollen minute dann wäre ja meins weiter wenn jetzt zum beispiel victor franco was sagen würde was haben wir mit v v v v v v v dann wäre fett weiß weiter oder john reisman wenn der was sagen würde was haben wir mit j ich glaube jülich ist da ganz vorne genau nicht jülich jüchen genau jüchen ist ganz vorne das wäre dann weiter und ich hatte übrigens recht insbruck die waren letztes jahr dabei aber dieses jahr nicht aber imst die hatten sich in österreich qualifiziert ja dann wäre dann jüchen weiter und das ganze geht dann so lange bis sich 314 mannschaften auf diesem weg qualifiziert haben die 312 waren 312 mannschaften auf diesem weg qualifiziert haben dann wir geht die zweite qualifikationsrunde es geht wieder von vorne los diejenigen die sich qualifiziert hatten die schreibe ich dann sozusagen daneben und gucke dann tut ihr dann wieder alphabetos sortieren und nach der reihenfolge nach und dann werden dann halt wieder mannschaften ausgesiebt auf diesem weg und dann haben wir irgendwann die hauptrunde ja und wie die funktioniert sage ich euch jetzt ja für die hauptrunde ist es dann etwas anders dadurch dass ich ja zum beispiel law and order svu die ersten 17 staffeln mir meine bande gekauft habe ist die wahrscheinlichkeit recht groß dass eine folge von law and order raus rankommt oder zum beispiel als habe ich die komplette serie dass dann alles zum beispiel oder willi oder kate oder whatever also es wenn ihr im endeffekt wirklich immer die gleichen oder häufig die gleichen buchstaben die da was sagen und damit jetzt nicht ganz so langweilig wird ist das mit dem buchstaben außer kraft gesetzt in der hauptrunde zumindest und zwar ja ihr seht hier von liga a im letzten jahr die endtabelle moers aachen eidorf dortmund oldensaal mannheim eldville mainz itstein esch und so weiter und so fort und wenn wir jetzt gucken das erste spiel war zum beispiel rot gegen koblenz wenn wir jetzt bei das dreckige dutzen ich habe den film schon länger nicht mehr gesehen ich weiß es nicht womit das beginnt der film werde als erstes was sagt sagen wir mal max armbruster der sagt was als erstes im film als beispiel dann wäre max armbruster rot weil es sozusagen die erste person ist und sagen wir mal john riseman ist die zweite person dann wäre das dann koblenz dann geht ein spiel immer neun minuten lang in jeder folge oder in jedem film und wenn jetzt zum beispiel max armbruster noch ein zweites mal was sagt und ja john riseman nur einmal was sagt in den ersten neun minuten des films dann würde das spiel 2 zu 1 für rot ausgehen und so weiter und so fort so geht also die komplette der die komplette hauptrunde bis man dann am ende bei 50 spieltagen ist und ja sich dann irgendeine stadt auf diesem weg durchgesetzt hat beziehungsweise die ersten vier städte aus jeder liga qualifizieren sich letztes jahr da waren es wesentlich weniger mannschaften da waren es so 300 irgendwas und deswegen waren es dann auch nur zweimal 24 liegen also 48 mannschaften in der finalrunde dabei und wir können jetzt mal schnell gucken wer sich dadurch gesetzt hat insgesamt da ist es die endliga und da haben wir andernach eitorf mörs dortmund aachen bergheim saarbrücken und mönchengladbach in der finalliga gehabt und den modus der finalliga der jetzt wieder unterschiedlich ist zwischen den von den anderen beiden sich unterscheidet den erzähle ich euch jetzt ja in der finalliga da geht es dann wieder um die buchstaben um die anfangs buchstaben allerdings wird dann von jedem film und von jeder folge auch nur immer die ersten neun minuten genommen pro spieltag und wenn jetzt zum beispiel andernach und aachen zum beispiel bei a hatten sich qualifiziert wenn dann jetzt andernach und aachen oder beziehungsweise in der in der richtigen tabelle war es ja so dass aachen vor andernach gelegen ist wenn ich mich richtig insinne können wir noch mal schnell schauen wo ist andernach aachen andernach ich glaube ich bin schon da ist aachen und andernach ist irgendwo platz 75 also da war aachen höher geringt als andernach in der hauptliga geht es allerdings darum wie sich die mannschaften in der vor in der hauptrunde qualifiziert haben also in der endrunde geht es darum wie sich die mannschaften in der hauptrunde qualifiziert haben und da war andernach hatte die liga b glaube ich gewonnen gehabt und war deshalb höher geringt als aachen das heißt wenn jetzt die erste person mit a was innerhalb der neun minuten sagt dann ist das immer andernach gewesen und erst dann ja die zweite person mit a das war dann aachen und so kommen wir dann am ende zu diesem ergebnis also ihr seht schon interessant wer sich dadurch gesetzt hat recht ja ruhrgebiets lastig oder zumindest ja nähe der nähe des ruhrgebiets mörs dortmund mönchengladbach haben wir hier troßdorf bergheim ist ja auch beim rhein aachen ist jetzt auch nicht so weit also ich weiß nicht genau ich glaube saarbrücken war das am weitesten entfernteste oder kann auch sein dass es dortmund war eins von beiden war es glaube ich ja so sieht es dann aus das ist dann die kassetten liga ich bin mal gespannt wer sich dieses jahr durchsetzt ja wenn wir jetzt mal so uns die liste anschauen ich denke mal so die ersten 25 vielleicht dann dürfte die haupt oder die vorrunde die erste vorrunde auf jeden fall beendet sein und dann wird dann wieder neu also die ersten die die ersten 25 würden dann in diesem fall bestehen bleiben aber der restliche wird dann noch mal neu durchgemischt und wird dann noch mal geschaut ja was es für eine reihenfolge gibt ich werde mir eventuell auch noch mal ein paar weitere dvds für weihnachten wünschen dann kann die kriegt die liste hier noch ein bisschen nachschlag wenn ihr euch fragt was jetzt zum beispiel im bett telefonate erdmännchen bäcker stichflamme ostfriesenwitze und so weiter und so fort diese ganzen roten sind das sind die quatschkassetten die ich erstellt habe da wo ich auch diese liste euch gezeigt habe die sind auch mit dabei alle zusammen die serie habe ich jetzt nicht aber die gibt es kommt hier komplett auf youtube die habe ich jetzt auch mit reingenommen oder zum beispiel auch big brother die letzte normado staffel ist mit drin ja was gibt es sonst noch ein paar videos die ich damals mit meinem camcorder erstellt habe sind mit dabei das ist so da all das was hier in dieser liste vertreten ist und dann bin ich echt mal gespannt wer sich dieses jahr besser gesagt im nächsten jahr durchsetzt morgen geht es los mit der vorrunde für die für den klassenfahrtcup und ich denke mal irgendwann im april oder mai oder so könnte dann vielleicht der sieger feststehen was würdet ihr euch denn für eine stadt wünschen wo soll ich mal hin welche stadt schön könnt ihr euch in die kommentare schreiben und dann bis zum nächsten mal ciao ciao